Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu The Evil Meeting, ja, zum dritten Part. Wir werden heute mal sehen, wie wir hier weiterkommen. Ja, wir haben hier wieder einen Unmenschen, einen Untoten, einen Zombie, auch wer es nicht wollte. Ja, so, der wäre erledigt. Ja, Freunde, wir müssen hier jeden Winkel absuchen, so wie ich das jetzt hier mitbekommen habe. Haben wir bloß wenig Ressourcen. Ah, Leertaste nehmen zum Verbrennen. Ja, wir müssen hier jede Leiche verbrennen, mindestens, dass ihr sie nicht nochmal aufsteht oder... Ja, wo geht es hier um hin? Wir sind gerade wieder außer Atem hier. Ach, du Gott. Na, na. Boah. War gerade noch so, was war hier? Leertaste nehmen. Ah, eine Fackel nehmen. Alles klar, kann ich ihn damit anzünden? Ja, könnten wir. Ja, schauen wir jeden Winkel ab, weil wir brauchen die Ressourcen hier. Das wird irgendwann so unendlich schwer, dass wir alles brauchen. Ja, zum Beispiel haben wir wieder keine Lampe. Super. Aber wir hätten ja zumindestens... Die geht nicht. Wir haben eine Lampe, aber die geht nicht. Das ist super. Nein! Ja, gut. Da war eine Sprengfalle, die ich nicht gesehen habe. Verdammt. So, jetzt fangen wir dieses Kapitel von 9 an. Aber wir wissen zumindestens, dass da hinten was zu holen ist. Munition, alle. Ja, das ist so praktisch. Ah, wie sehen wir denn aus? Oh! Ja, verbrennen wir diesen Zombie. Und rennen einfach nochmal hinter und gucken, dass wir das Zeug nochmal bekommen. Weil wir brauchen Spritzen, wir brauchen Heilung, wir brauchen eigentlich alles. Patronen, Streichhölzer. Ja, schauen wir ganz einfach nochmal hier hoch. Oder zumindestens weiter hinter. Ich glaube, hier oben haben wir schon alles abgeforscht. Gehen wir einfach mal nochmal hier durch, wenn das geht. Nein, da kommen wir nicht mehr lang. Naja. Das ist jetzt nicht so günstig. Dann schauen wir jetzt einfach mal ganz gemütlich hier hoch, ob wir hier irgendwas finden. Da liegt zum Beispiel was. Was ist das? Patronen. Eine Spritze. Das ist super. Wie kann ich die jetzt benutzen? Mit Lär-Taste benutzen. Wechsel mit R. Benützen. Gut, das haben wir schon mal. Unsere Leistung, unsere Lebensenergie steigt auch schon wieder an. Haben wir die jetzt schon benutzt. Benutzt mit Lär-Taste. Ja, geben wir uns erstmal ein bisschen Adrenalin. Geben wir gleich noch unser Patronen auffüllen. Und dann schauen wir schon mal weiter, ob wir noch irgendwas finden. Aber hier ist nicht. Ja, verbrennen wir diesen Drecksack. Boah, das Licht haben sie ja richtig geil gemacht. Das erinnert mich an irgendeine Filmsäne. Ja, hier oben ist einer. Hier oben ist der zweite. Ach nee, den haben wir gerade getötet. Aber zumindest hier hinten noch einer. Ja, toll. Ich hätte schon gedacht, der ist tot, aber... Ja, wir haben bitte ne Fackel gefunden. Die wird bitte den Weg ebnet. Ja, könnten wir auch diese Flasche gleich aufnehmen hier. Wäre ja mal nicht ungünstig. Hauen wir die mal hier vorn hin. Können wir die irgendwie entschärfen? Oder kommen wir da unten durch? Ja, weniger. Ich kann sie nicht entschärfen. Doch. Kömmer. Das ist gut. Ich kann sie nicht. Noch einer. Ja. Und komm. Ah. Kaputt, Mann. Ah. Scheiße, schwer, Idiot. Ja, schauen wir gleich mal in das Haus hier rein. Ah, Mist. Verdammt noch mal. Ah, kaputt noch vielleicht. Ah. Ich kann sie nicht verbrennen. Ich muss sie aber verbrennen, sonst stehe ich immer wieder auf die... Ich... So. Nehmen wir erstmal unsere Spritze hier. Ähm... Nutzen. Ja, ich habe hier schon wieder eine Falle gefunden, die wir erstmal einschärfen müssen. Ah. 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 Echt. Echt. Versteuerung, würde ich echt sagen, da habert es bitte hier in dem Spiel. Also, große Sprünge darf man ja nicht machen. Liegt hier noch was rum? Ja, hier zum Beispiel, ja, hier zum Beispiel, ja, hier ist noch was. Ja, hier zum Beispiel, ja, hier ist noch was. So, wie ich das sehe, liegt hier noch irgendwas rum. Kann man an dem noch irgendwas mitnehmen? Nee, an dem auch nicht. Ja, ich denke mal, ich drehe jetzt mal hier. Nein! Drecki! Ach, das ist jetzt nicht gerade sehr günstig hier. Ja. Wielender Bastard! Elend! Tja, das ist ziemlich schwer. Ich hoffe, zumindest sind es nicht. Ja. Wir müssen neu anfangen. Jetzt auch anders sein können. Munition alle. Das ist... Das ist schon ein bisschen blöd gemacht, dass man hier... ...sicherlich beschweren kann. Ja, zumindest haben wir erstmal eine Spritze gefunden. Wunderbar. Die werden wir erstmal... ...informationen... ...ja, das können wir ja schön... ...werden wir ja gleich mal... ...werden wir ja gleich mal... ...ach, das ist blöd jetzt. Jetzt muss ich ja wieder alles am Zoom... ...muss... ...ja, eine Flasche. Hier liegt was rum. Aha, und Patronen, das ist sehr, sehr gut. Eine Patrone. Gut, besser als nix. Jetzt müssen wir ihn genau zwischen die Augen treffen. Ja, der hat einen ganz schönen Dickschädel. Ja, ich... ...weiß, dass ich mich jetzt wieder selbst in Gefahr bringe, aber... ...wie soll ich es anders machen? Ah, Gott, schlag zu! Schlag zu! Ach, das ist... ...das ist... ...das ist blöd. So. WC, verbrennen wir die. So habe ich das gehört. ...werden wir noch die Bombe hier entschärfen. ...üste... Wo ist er hin? Ja, zumindest haben wir ihn erst mal erledigt. Wo kommen wir denn hier noch hin? Ah, Spritzen. Spritzen, Spritzen. Ja, werden wir erst mal unsere Spritze benutzen hier. Dass wir erst mal ein bisschen Lebensenergie wieder haben. So, meine Lieben, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüssi.